Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein Ich hab meine eigene Begrüßung vergessen, verdammt Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video Freunde, ich hab euch gesagt im vorletzten Video das war's mit München und wir sind angekommen im wunderschönen Wien das Wetter ist der Hammer, ich bin glücklich ich hab die Wohnung gerade übernommen also vor ein paar Tagen, es sind auch noch gar keine Möbel drin ich hab grad nur ein Bett und die Küche und das Badezimmer auf jeden Fall habt ihr euch gewünscht ich hab einen coolen Kommentar gelesen so hey Randy, zu den 20.000 Abonnenten mach doch mal so ein Update wie deine Geschichte, dies, das ich werd auf jeden Fall in diesem Video so ein bisschen erzählen so was mach ich eigentlich, warum bin ich nach Wien was passiert jetzt in nächster Zeit was hab ich vor mit dem Youtube Kanal was hab ich vor mit dem Content und das ist eigentlich auch im Grunde genommen das ganze Video ich wünsche euch viel Spaß bevor es aber jetzt zum Sport geht einmal nochmal kurz Gesicht waschen diese Frisur, ok, weiß ich die ist es nicht aber wenn die Haare mit God2BeKaot gemacht sind nachdem sie nass waren noch am überlegen, ich weiß nicht ob ich die Haare abschneiden soll was aber ziemlich nice ist in dem Gebäude in dem ich lebe gibt es Sauna, Gym, Arbeitsbereiche so, ich war auch jetzt gerade den ganzen Vormittag mit Lukas und Sebastian unten ein bisschen arbeiten sowas, die arbeiten jetzt weiter und ich lege jetzt eine kurze Gym Session ein und das nutze ich gleichzeitig um euch so ein bisschen zu erklären so was jetzt Phase ist, dies, das und was jetzt weiterhin so passiert legen wir los die erste Frage, die ihr gestellt hattet ist warum bin ich nach Wien gezogen und da fragen wir jetzt einfach mal den Chef persönlich warum bin ich nach Wien gezogen es ist eine Frage geantwortet einfach Gym Vlog warum bin ich aber nach Wien gezogen ich bin überrumpelt von der Frage jetzt ich beantworte euch die Frage auf jeden Fall am Ende des Videos dann beantworten wir gleich mal eine andere Frage und zwar wie sieht es mit Ägypten aus ist die Wohnung fertig gehen wir dann auch mal hin dies, das blablabla ich kann euch sagen die Wohnung ist so viel wir geschafft haben ich würde sagen Samir und ich haben so 40% gemacht dann war Samir nochmal mit den Eltern oben und die haben wirklich glaube ich jetzt 90% fertig ich weiß nicht ob ich Bilder habe wenn ich welche habe dann blende ich sie euch jetzt mal ein und herzlich willkommen im Gym des Hauses ich zeige es euch ganz kurz ich muss euch das einfach zeigen somit kombinieren wir das so ein bisschen ich erzähle euch ein bisschen und beantworte euch ein paar Fragen und zeige euch gleichzeitig wo ich jetzt lebe und ja wo ich jetzt arbeite, lebe wie auch immer wie man es mag wir machen aber jetzt eine ganz ganz schnelle kurze Roomtour auf jeden Fall hier sieht man eine kleine Bar wo man einen Wasserhahn hat Mülleimer und so sich hinsetzen kann vielleicht kurz ein Shake mit Wasser vorbereiten dies, das finde ich ziemlich nice muss ich ehrlich sagen oder sich mal die Hände waschen oder sogar sein Handy laden man könnte theoretisch auch mit dem Laptop hier drin arbeiten was einen Vorteil hat ist gibt hier drei, vier Klimaanlagen drin das ist schon mal ziemlich cool im Arbeitsraum gibt es leider keine Klimaanlage aber dafür gibt es Terrassen und allerlei Sachen zeige ich euch später nochmal genau dann haben wir hier einen schönen Spiegelbereich wo man so gesagt einfach so sich selber anschauen kann und gleichzeitig so keine Ahnung ich weiß ich kenne mich je nicht aus ihr wisst schon was ich meine so Yoga oder sowas Yoga machen doch viele Menschen keine Ahnung Yoga ist so Yoga hört sich ein bisschen an wie so eine Yoga so eine Beleidigung aber egal auf jeden Fall hier kann man Yoga machen Yoga was dann auch ziemlich nice ist wir haben da hinten rechts von mir zwei Laufbänder zwei so Stepper drei Fahrräder und ein so ein sitzendes also nicht so gefühlt Couch-Potato-Fahrrad was ich sehr oft nutze muss ich ehrlich sagen ist eine schöne Cardio-Einheit kann man dafür nicht 45 Minuten oder 60 Minuten machen macht man halt eineinhalb Stunden aber meiner Meinung nach genauso anstrengend wenn man ein bisschen Power gibt und man kann gleichzeitig schön am Handy arbeiten dann geht es weiter in diesem wunderschönen Bereich dann haben wir zwei also Multifunktionsgeräte sind nicht der Hit wissen wir aber jetzt mal ehrlich gesagt wer will sich beschweren über solche zwei schönen Geräte wo man den ganzen Körper fast trainieren kann Beintraining macht keinen Sinn an dem Gerät weiß ich aber ich finde Rücken Brust kann man daran super trainieren Arme auch gleichzeitig so eine Bizeps Bizeps Curl Maschine ziemlich nice Latzug ist wahrscheinlich das Beste an dem Gerät weil der funktioniert eigentlich ziemlich gut nur durch diese Umsetzung da da so viele Räder sind ist es halt manchmal 40 Kilo sind einfach schwerer wie in normalen Gyms finde ich aber vielleicht bin ich auch einfach schwächer geworden diese Variante stimmt wahrscheinlich und dann haben wir noch so eine so eine Freihantelstation mit Hanteln halt leider nur besser gesagt nur mit 12 Kilo Hanteln und die gehen hoch bis 20 Kilo Hanteln und hinten dran haben wir dann noch so zwei Rudergeräte und dazwischen gibt es so noch Hanteln von glaube ich 10 Kilo bis 1 Kilo und alles auch ziemlich gut ausgespiegelt sieht man hier wirklich genug Fenster kann man aufmachen hier ist auch nochmal Spiegel da zwei Klimaanlagen da eine Klimaanlage es sind sogar vier da hinten ist auch noch eine und Highlight weiß ich jetzt nicht ob ich euch zeigen kann es gibt eine Sauna das ist wirklich ein wilder wilder Flex muss ich ehrlich sagen ich muss nur schauen ist somebody using that es kommt schon ziemlich weird wenn ich jetzt in eine Sauna mit Kamera reingehe ich weiß zwar nicht wo die Sauna ist aber wo ist die Sauna wo ist die Sauna Digga komisch ich hab die Sauna auch noch nie wirklich ah da ist sie Böse warm auf jeden Fall das ist die Sauna ja also komm Alkoholaufgüsse sind verboten hab ich noch nie gehört dass in der Sauna Alkohol aufgegossen wird aber auch nicht schlecht zum Vortrinken jetzt beantworte ich euch noch eine andere Frage und zwar die Frage ob ich YouTube Vollzeit mache und ich kann euch sagen seit letztem Jahr Februar ja so eineinhalb Jahre komplett Vollzeit ich hab davor 2019 mal mit YouTube angefangen konnte es aber nicht genau also komplett durchziehen ich würde jetzt sagen so weil es am Job lag lag es aber nicht es liegt immer an einem selber so ich hatte einfach nicht die Power ich hatte auch nicht das richtige Konzept die Videos waren ziemlich cool muss ich ehrlich sagen ich weiß gar nicht ob ich die noch hab aber vielleicht kann man irgendwann mal so eine Reaction darauf machen auf Twitch oder sowas und ich hab auch noch 2019 hab ich also diese Challenges hab ich gemacht und ich hab noch so Straßenpranks gedreht mit so Ansteckmikro und sowas war aber nicht so lustig wie ich gedacht hab weil ja keine Ahnung warum die einzige Sache die sich halt ändern wird ist ich liebe den Food Content den mach ich sehr sehr gerne alleine schon dadurch ich hab das Essen nochmal anders lieben gelernt dadurch dass ich die wirklich das Glück habe mit Lukas so viel zu reisen aber ich möchte nicht nur Food Content machen das heißt es wird auch immer mal wieder solche Videos geben oder einfach normale also ich sag mal nicht essensbasierte Vlogs ich will nur dass ihr als Zuschauer auch wisst für alle die mich eigentlich ziemlich gut kennen ich stehe nicht für Food Content sondern ich würde eher sagen ich stehe für Entertainment ich bin nicht Lukas so am Ende des Tages konzentriert euch bei mir mehr auf die Unterhaltung wie aufs Essen ihr wisst selber manchmal ich laber auch kompletten Schmarrn aber ist wie es ist es juckt mich auch nicht und jetzt würde ich sagen ich weiß noch nicht ob ich laufen will oder Fahrradwagen egal gehen wir laufen auf jeden Fall hab ich meine EAAs zum Trinken vergessen kurze Frage warum bist du aber nach Wien gezogen? damit wir WG machen also ich muss ehrlich sagen ich bin gelaufen nicht mehr der beste da beantworte ich gleich die nächste Frage das hab ich früher alles gemacht direkt nach der Schulzeit hab ich so ich war kein Model oder sowas aber ich hab ein bisschen Geld verdient mit so Modeljobs und gleichzeitig also Model und Tänzer hab ich so Musikvideos mitgemacht von Deutschrappern ähm bei wem alles bei Luciano Motrip Alias Katar AZ noch ein paar aber ich weiß es nicht mehr Training ist jetzt beendet ihr müsst jetzt auch mal echt eure Meinung sagen Lukas und ich WG das wärs doch oder Problem ist Herstoryfeed erlaubt nicht Lukas will ich bin überrumpelt aber Sabrina sagt nein check euch nicht ihr könnt mal gerne Sabrina auf Instagram schreiben so hey lass mal die Jungs WG machen weißt auch mal einen Schritt zurück die nicht immer nur nehmen und man und man weißt und dann gibt's hier noch so eine Area draußen schöne Terrasse pipapo und da drin wo jetzt gerade Lukas und Sebastian arbeiten genau gibt's gleichzeitig so eine so ein Büro mäßig wo man halt WLAN hat und einfach in Ruhe arbeiten kann so ein bisschen aus seiner Bude rauskommt ja einfach wie so ein Büro und dann gibt's sogar noch eine extra Küche in dem Raum also schon ziemlich ziemlich nice alles aufgeteilt muss ich ehrlich sagen ich bin sehr glücklich hier genau und jetzt geht's duschen und dann beantworte ich euch noch diese Frage warum ich eigentlich warum bin ich nach Wien gekommen also passt ihr könnt jetzt aufhören als würdet ihr arbeiten das war gut das fürs Video passt achso danke tschüss tschüss warum bin ich eigentlich aus Ägypten naja wir haben eigentlich nicht mehr geplant als maximal sechs Monate ich muss ehrlich sagen ich bin in Deutschland groß geworden und aufgewachsen sehr ungewohnt dort so ich spreche die Sprache nicht und es ist sehr hektisch dort warum bin ich eigentlich wirklich nach Wien so das hat viele Gründe erstmal wir sind aus Ägypten zurückgekommen dann hatten wir schon mal keine Wohnung weil wir haben die Wohnung davor ja aufgegeben gehabt und dann war mein Plan also zu kurz zu dieser Story weil die ist auch das ist eine sehr kritische Story was ist das eigentlich für ein Winkel Bruder also ich bin hier wirklich videografisch gesehen wirklich der schlechteste YouTuber what the fuck ist das ein besserer Winkel ne ist auch nicht ist auch aller der Winkel ist auf jeden Fall besser was wollte ich jetzt sagen jetzt hab ich vergessen was ich sagen wollte guter Winkel aber vergiss mal als anderes Thema die Dusche ziemlich nice wenn man hier so drin steht ich kann man seht ihr das diese Dusche ist verdammt groß ich liebe große Duschen was ich noch ändern werde ist den hier weil ich bin so übelst wie Wasser verbrochen und richtig der Umweltschaden warum bin ich nach Wien gegangen so die Frage ist ganz einfach zu beantworten ja es war immer blöd ich war in München er war in Wien so dann wir arbeiten zusammen wir arbeiten sehr viel zusammen wir drehen sehr gut miteinander egal ob es meine Videos sind egal ob es seine Videos sind und überhaupt mit der ganzen Crew hier in Wien mit Sabrina mit das war es eigentlich auch anstatt mir jetzt wieder eine Wohnung in München zu suchen wo die Mieten teurer sind wo keine Ahnung um es jetzt kurz zu fassen ich bin nach Wien gekommen wegen der Arbeit und natürlich ich habe hier sehr viele coole Leute um mich rum und es ist sehr schön hier und ich mag diese Stadt wirklich gerne das war es eigentlich für jetzt mal Retalk ansonsten keine Ahnung weh sich jetzt nicht du verstanden weh weh sich jetzt verstanden ich bedanke mich fürs einschalten falls euch dieses Video gefallen hat lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt dann dürft ihr es jetzt gerne machen eigentlich ihr solltet eigentlich auch diese Glocke aktivieren es haben nur so 10% die Glocke aktiviert warum macht mal da so ich würde gerne so 20-30% stehen und ja bis zum nächsten Mal Peace und fast vergessen ich komme mir vor wie heißt dieser Koch falls ihr wollt dass Lukas und ich eine WG machen dann äh wisst du was ihr zu tun habt